halli hallo hallöchen meine lieben freunde und herzlich willkommen zu unserem kleinen wwe 2k 16 king of the ring turnier und eine frage gleich am anfang habt ihr uns eigentlich schon abonniert ja ne ja wieder am start ist der rewano ja hallo ja und würde ich sagen würde ich sagen suchen wir mal war ich bin echt gespannt letzter kampf also gestern war echt cool den embo ist und ja so viele sind gar nicht mehr für die erste runde ja es wird langsam länger dauern es wird immer länger dauern bis wir wirklich eine figur haben kallisto haben alle schon gehabt ja ich suche auch hier gerade die wahnsinniger aber ist kein problem im laufe des jahres ich habe einen gehabt scheiße jetzt muss ich dann da war ich jetzt zu schnell wo ist er denn da okay ich habe ein da ist kein problem lasst ihr zeit das ist aber ganz geschmeidig eigentlich also kann man sie nicht beschweren mal sehen was die noch so raushauen sehr schön dass die fleißig daran arbeiten und mit dem delay problem dass das ein ein bisschen besser geworden ist ja ich ersucht noch eine ja ist ja kein problem und dann geht es mal in die zweite runde die hälfte weniger ja viele leute sind es nicht mehr da kommen wir in der zweite runde hat er hatte hatte das ist ja jetzt auch wie doof muss ich sagen ja den habe ich noch nicht gut dann hast du jetzt einen den abgeben kannst oder ich ja mal sehen sehr siegesicher ne bin ich nicht leider aber wohl nach den letzten matches ich muss gestehen glaube dass dieser den ich jetzt habe das schwierig wird für mich ich weiß nicht ich muss sagen ich kenne ihn wieder nicht ok naja dann wird es wahrscheinlich stellen müsste sein aber okay dann würde ich sagen nee aber naja was echt oder egal egal okay dann würde ich sagen 321 zeig mal her jetzt das zeug hast du den teils um beide mal 84 ist auch selten dass wir beide das gleiche haben geht wieder morgen ganz harte kampf ausgeglichen so miss ja der hat auch einen namen aber der ist auch so mehr so hintergrund leider leider gerutscht ja er war ja mal wwe champion und er war ja aber naja leider haben sie den den push weg da haben sie auch gedacht versuchen wir es aber hat nicht so kam nicht so gut an auch gehen wir gehen wir ins handlager ja ja da muss sagen ja auch schon mal okay und das ist ja größer als ich du riese du das stimmt ja gar nicht oa direkt eine verpasst hier ey das war alles Prozent genormt jetzt oh er hat sich umgedreht das war ungedrehter x mal gucken ob es nochmal klappt das ist das denn jetzt die x drücken egal ach so geht weiter dann kriegst du auf die nase aber so cool so technical fight das sind auch geil die gefallen mir baah oder hat er ausgewichen und noch mal weiter mega warum hast du du mehr Konter als ich was ist das für eine Kacke volle Power du hast nur drei das ist natürlich übel für dich ach scheiße wollte ich gar nicht aber egal du wirst schon rauskommen ja da hast du wieder Konterdinger da hätte ich gar nicht machen dürfen nein egal macht nix lass alles raus was keine Medien zahlt sage ich immer ne ne sag ich immer ja das wollte doch unbedingt jemand ins Gesicht springen das hat mich jetzt richtig inspiriert so was hat er denn au das tut doch weh sowas okay das war jetzt R2 ging da raus also das war jetzt nicht von mir sondern hallo ich bin hier jetzt bin ich genau in deinen Arm gesprungen sozusagen ich bin doch schon da ja ja und Kaju Göt oh schönes Ding so jetzt gehe ich mal hier raus oh das war gut wie du da raus bist aber wie oh oh ich wollte so einen schönen Move machen aber leider ist mein kleiner Freund doch zu langsam meine Fresse ha 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 äh das ist einfach mal fix fixi so ja super noch mal schön aus der Nähe noch mal so ein ähm was auch immer oh hinterlegt ich war ein Didditi Neuzenberg Did Valentine okay Bing bing ach komm doch selber mal du Drecksack haha geil nee ich höre auch weil du kriegst ja deine Konterpunkte ... warum denn das ist doch mal... deine Konterpunkte da ne 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 ja aber du kriegst du ... Hallo, hör mir doch mal kurz zu. So kriegst du aber deinen Finisher abgezogen. Prozente. Ach so, wenn ich abhaue. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Das war natürlich jetzt bitter. Das sehen die Fans nicht gern. Ah, okay. Hallo. Ah. Da habe ich mich jetzt selbst gerade ein bisschen verbaut. Jetzt mit meinem, was ich jetzt hier gerade so getrieben habe. Oha. Der hinterlagt, oh Mann. Ja, ich drücke Kontern, aber der geht immer raus dann. Na toll. Selber Schuld, ey. Warum soll ich dann reinkommen, weißt du? Haut mich direkt wieder raus, der Sack. Oh, er haut daneben. Ja. Schönes Geriffel. So, einmal mit dem Kopf, bitte. Kadong. Das tut er so gut. Oh. Oh. Ich werde hier links und rechts rumgeworfen. Kadong. Ja, ja. So. Ah, schöne Ellbogen in die Fresse, da tut natürlich auch sehr weh. Ich finde das voll geil, wie der in den Ring reinkommt, weißt du das? Ja, cool. Das gefällt mir. Ach, du hast mein S ge... Irgendwas. Scheiße. War das dein S gerade? Ja. Ja. Nein. Zu spät. zu spät, zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Zu spät, zu spät. Oh, ID-Treffer. Ajo. Ajo. Du bist noch fit wie ein Turnschuh. Obwohl, der meiner, der zappelt schon ein bisschen. Ah. Ja, was ist denn hier los mit dir? So. Bam. Gesicht. Gesicht und Nackenschmerzen verursacht. So. Ach, scheiße. Komm, jetzt hab ich Zeit, dir schnell was Richtiges zu verpassen. Hopp, 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 hopp. Aua, das sind aber schon wieder irgendwelche Moves. Die sehen schon wieder ziemlich gefährlich aus. Aua. Steh auf! Junge, steh auf! Was ist denn? Nix. Was soll ich denn machen? Aua, ich krieg hier die Hucke voll. Mhm. Und ich kann mir nix, kann mir nie wehren. Hehe. Ah. 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 Meiner ist doch total fertig mit der Welt. Guck mal, wie der zappelt. Was machst du jetzt? Der hat wieder gekonnt und die 6 hat gerade gekriegt, ja? Er schleppt mich herum. Er schleppt mich durch die Gegend. Mann, jetzt steht er mal auf. Boah. Dass der eine halbe Stunde bewusstlos ist, ist fürchterlich. Ja, ja. Ja, ja. Ah, Clothesline. Mhm. Aua. Was sind das für Power-Schläge, dass ich dann direkt bewusstlos bin. Mhm. Äh? Das war so gewollt, oder? Weil ich hab gar nicht gekonnt, weil der geschlagen hat. Ja. 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 Nein. Nein. Mein Finisher, du Sack. Du Sack. Ah, Mann. Jetzt haben wir uns gegenseitig die Finishers weggehauen. Mhm. Aber voll weg. Oh. Das war ein Angriff-Cover. Okay. Okay. Sehr bewusstlos ist meiner schon wieder. Und schon. Und. Kabuff. Neckbreaker? Na, du bist aber auch schon wieder ziemlich schnell fit. Oh. Oh, oh, oh. Ah. Okay. Aua. Ja, jetzt im Moment, äh, sieht's nicht so gut aus für mich. Der ist ein bisschen schlappig, der kleine. Der kleine Mats hier. Ah. Ich hab doch geblockt. Mensch. Ja. Genau so wollte ich das. Bomben. Schön. Ah. Ach, Kacke. Kacke. Badabum. Ja, ja. Kann mir leider nicht werden gerade, liebe Freunde. Weil meine Ausdauer ist gerade ein bisschen, nennen wir es mal, nicht gut. Ah, so. Ja, der Mist, äh, der Mist, äh, der Mist. Hä? 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 Ich hab keine Ahnung, was du da gemacht hast, aber sah lustig aus. Aua. 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 Das sieht gefährlich aus, wenn du da nicht mehr blocken kannst. Oh, man, oh man, oh man, oh man, Leute. Na ja, keine Chance. I'll be back, meine lieben Freunde. Ja, sauber. Und mit einem sehr dominanten, sehr dominanten Sieg. Ja, keine Chance gehabt mit dem. Ah, ich möchte gerne das andere Patch wieder haben, damit ich wieder gewinne. Jawohl. Aber liebe Zuschauer, mal euren Kommentar. Ähm. Euer Kommentar ist gefragt, findet ihr auch, dass das Spiel langsamer geworden ist, seit den letzten Kämpfen? Das würde mich mal interessieren. Also, mir kommt es langsamer vor. Ja, anders auf jeden Fall. Was ich echt ein bisschen negativ finde, muss ich sagen. Weil da doch diese schnelle Gewühle weg ist. Weißt du, dieses fixe aneinander paar Aktionen ausführen. Das ist alles ein bisschen anders, stimmt. Ja, okay. Dann würde ich sagen, dann war es das für heute mit diesem kleinen Turniermatch. Morgen geht es dann wieder weiter. Und wenn ihr natürlich alle Kämpfe miterleben wollt und weiterhin auch mit anderen Let's Plays aus unserem Hause, aus Rivano LP, sowie aus meinem Gamers Check LP, äh, weiter, äh, 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 befüllt werden wollt oder überhäuft werden wollt, dann abonniert auch einfach unseren Channel. Wie gesagt, einmal Rivano LP und einmal mich, Gamers Check LP. Das wäre echt nice. Und ein Däumchen wäre natürlich auch ein Träumchen. Und, ja, da würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.